Hermann Kühl, Stern 15. April 1888 in Neu-Ulm, 7. Oktober 1938 in München, war ein deutscher Flugpionier. Er war Kampfflieger im Ersten Weltkrieg, wechselte 1925 vom Militär zur Junkers Luftverkehr AG, um dort den zivilen Nachtflugverkehr aufzubauen, und wurde bei Gründung der Lufthansa 1926 deren erster Nachtflugleiter. Ab 1927 beteiligte er sich an Atlantikflugversuchen und war 1928 Pilot der Junkers W33 Bremen bei der ersten Überquerung des Atlantiks in Ost-Westrichtung durch ein Motorflugzeug.